Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Deadpool. Wir sind immer noch hier in diesem ja, Gebiet. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt hin muss, hä? Muss ich das da hinten abschießen? Ne, das ist so ein Arm. Wo muss ich hin? Ja, von hier kamen wir, ne? Genau. Von hier kamen wir. Das müssen wir doch irgendwas hier machen, oder? Muss ich das irgendwie aktivieren? Ne, ne? Ne. Hä? Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Ich vielleicht... Ach, ah! Oh, das ist ein anderes... Oh, das ist ein anderer Raum. Oh, lol. Yeah. Oh, ja! Hammer! Chai! Geil! Hammer ist awesome! Bum! 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 Geh mal ne andere Waffe. Die Waffe. Und Hammer weiter nutzen. Ähm... Hier lang? Hier lang? Oh, nein! Was seid ihr denn? What? Was waren das denn für Dinger? Heiliger! Bum! Bum! Hein! Guck! Hier, geht's! Das ist besser, als ich es dachte. Da ist es. Okay. Hey du. Tod. Okay. Ähm. Da hoch. Kannst du mal deine Waffen wegpacken? Danke. Can you fucking hear about the axe, babe? Oh, what? You mean rogue? Yeah. Blockbuster wants to break her in the arena. You dicks hang out here often? Haha. Get it with the dicks. Haha. Haha. Dude, seriously, pee-song. I'm gonna sing the pee-pee song. Nice dick. Haha. I haven't trained the old lizard since level one. Dude, don't talk while I pee, alright? No. Ah, that water is cold. Andy. Ich warte noch ein bisschen. Okay, ich mach fertig. Okay, I get it. Never break the guy's coat again. Holy crap! Damn it, I don't have any good dick jokes. Aber hier am Klo hängt. What? Alter, guckt euch das hin. Eine Runde abhängen im Klo, Alter. Ich glaube, ich hab einen Namen für den Bart. Und ein Subnail. Geil. Abhängen im Klo oder so. Hä, wo sind die? Oh, da ist einer. Nice. Hallo? Na? Oh, ich will mal... Das war ein cooler Momentumangriff. Piu, 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 piu. Nice. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch ein paar Deadpool-Punkte. Okay. Die nehme ich doch gerne mit. Ha. Oh, hallo. Kann sich nur um Stunden handeln, wenn ich das so weitermache. Mann. Ah. Irgendwas greift mich da an. Ich weiß nicht was. Achso, der Typ da. Okay. Okay. Ach, jetzt wecke ich mir gleich. Die Waffe ist irgendwie schlecht. Ich glaube, ich muss da erstmal ein bisschen aufleveln. Den Damage und so. Bevor ich da irgendwie wirklich was machen kann. Hau nicht ab. Hau nicht ab. Arschi. Hände einfach weg, ey. Okay. Keine Munition mehr, wie es aussieht. Ah, für die Waffe. Oh, one hit. Ist hier oben noch was? Deadpool-Punkte oder so? Nein, natürlich nicht. Warum sollten es auch? Ah. Das ist so ein cooler Momentumangriff. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam Hallo. Oh. Ich gehe mal erst hier hinten hin. Zu gucken, was hier so ist. Oh, hallo. Och nee. Noch mehr von diesen Viechern. Boop. Munition für alles. Okay, das ist nett. Das heißt, vielleicht könnte es sein, dass wir gleich einen Kampf haben. Erstmal. Hier. Okay, DPS-Belohnung. Okay. Äh, DP-Belohnung. Nicht DPS. Feuerrate. DPS-Belohnung und einen Abzug für einen mächtigen Schuss. Okay. Das ist nett. So, das haben wir jetzt alles. Hier können wir noch ein bisschen was upgraden. Hier noch. Feuerrate erhöhen. 150. Oh. Hier mehr Schaden. Machen wir mal das. Hier machen wir mal. Ja, können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Das könnten wir machen. Momentum-Angriff. Können wir nichts mehr upgraden. Ah. Ich glaube, ich mache das. Was haben wir hier eigentlich? Ich muss mehr Kombos machen. Glaube ich. Mal. Ich glaube, ich mache hier mal Momentum-Angriff. So. Okay. Ah. Oh, Leute. Wo kommt die denn alle immer her, ey? Hallo. Och, Mann. Immer diese ganzen komischen nervigen Kack-Gegner. Hallo. Hier war es Munition. Wow. Wow. Ich liebe die Shotgun. Weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Achso. Wir haben keine Munition mehr. Nein. Achso. Wir haben keine Munition mehr. Ist das cool. Ist das cool. Mann. Geh weg. Geh weg. Irgendwie mag ich den Hammer nicht so. Abgesehen von der Momentum-Attacke. Aber ich glaube, ich switche wieder zu dem. Und Shotgun. Und Shotgun. Geh weg. Geh weg. Ja, ich sollte nicht von weitem angreifen. Mit der Shotgun. Macht einfach kein Damage. Bam. Headshot, bitch. Erstmal den angreifen. Mann, geh weg. Danke. Endlich kann ich die angreifen. Hiyaa. Tschu. Oh, warte mal. Was habe ich denn hier? Oh, lol. Ich meine, oh, lol. Das war nett. Netter Angriff. Netter Momentum-Angriff. Sehr, sehr nett. Zack. Boop, boop. Hoch, wieder Shotgun-Munition. Nein. Oh, baby. Ist das, was ich denke, ist es? Das muss sein, ein Trick. Warum wäre es... Shut it, Stuffy. Wir müssen da runterkommen. Ich sage dir, es ist ein Trick. Es ist ein Trick. Wenn du das, was wir sahen, wirst du nicht sagen, das. Das macht keinen Sinn. Wir alle sahen, was du sahen. Shh, shh, shh. Hier geht's. Hier geht's. Get ready. Get ready. Get ready. Quiet, oder ich will dich hören. Surprise! Well, it's about time someone recognized the need to throw us apart. Look, there's Rogue over in the VIP section. Okay? Hey. No one gets in if they're not on the list. Hmm. So, what are the chances I could get to play here? Ew. Go away. We're not into dudes. Me neither, sweet cheeks. That means we got something in common. Hi. Will you help me find my lost puppy? I think he went into the cheap motel room across the street. The whole game should be just like this. Eh, eh. So, if I flip a coin, what are my chances of getting tail? Ugh. Whoa. Okay. Hi, Deadpool. So, I totally told her this wasn't going to be a hot party, so she didn't come. Thank God. She's not cool enough to hang out with Deadpool. Oh no, der schläft. Oh my God. This conversation is so cliche. I know, right? We're so... He's dreamy. Wo sind die nächsten denn? Bin ich nicht mit euch hier? Blurten oder so? Ne, wie soll's ich nicht? Warno. Aber dahinter mit der Gruppe. Oh, okay. Okay. Come on. Come on. Easter egg. With all the bunnies around here, I'd say yes. Hi, name's Deadpool. Perhaps you've heard of me, star of the game that you're currently in. Oh, yeah. Don't you have your own reality show? Yep. That's me. So, wanna make out? No way. Warum denn nicht? Mann. Why, hello nurses. How are we today? Care for a drink? Hi, Deadpool. Nice muscles. I was gonna say that. Ladies, ladies. I don't mind repeat compliments. This party is awesome. Thank you, High Moon Studios. Hey, look, it's Psylocke. Wow. I want me some of that. Oh, I love this song. Dance party! Juhu! So sexy. Gesellig und flatterhaft Achievement bekommen. Alles klar. Okay, dann können wir jetzt mit denen hier reden. Rogue! Deadpool? What are you... Don't waste your time with her. Oh, daddy likes. Just wait, honey. I'm about to blow you away. Oh, nee. What the hell? You mean this whole party was just in our head? Surprise! Sinister's got plans for you. Surprise! Let's go! Deadpool! It's payback time, you faces. Oh, Gott! Wo kommt ihr denn alle her? Oh, Gott! Zu viele Gegner! Ah, Leben auffüllen! Oh! Oh, Gott! Nee! So cool finde ich das gerade nicht, dass ich gerade fast sterbe. Oh, Gott! Oh, Gott! Okay, der erste ist tot. Oh! Okay, die ist tot. Okay. Huh! Oh, Gott, oh, Gott! Oh, nee! Okay. Huh! Oh, leid! Okay. Och, Mann! Wo kommt ihr denn her? Huh! Okay. Ähm? Shotgun. Ja, Mann! Shotguns rocks! Wuhu! Ihr habt dich gesehen da oben. Da ist er. Okay, Waffe wechseln. Oh, Leute! Wo kommst du denn her? Noch einer! Oh, Gott, hab ich! Okay. Oh! Der da oben hervt Oh Gott Ist hier noch irgendwo einer? Da ist noch einer Oh Gott ey Auf den Kopf Ah Huh Oh nee Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Okay Okay Huh Ja 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 Sind wir Das war anstrengend Oh nee Ich hab schon eine Idee Ich hab schon eine Idee wie Och nee Da war ja keiner mehr Wann ist das denn jetzt Oh 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 Äh Äh Oh 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 Na.